Gehen wir nochmal. Wir haben intensive Woche vor uns, das Gladbach-Spiel erwartet und in den ersten 9 Spielen haben wir keines verloren und jetzt haben wir leider in Augsburg das Mal verloren. Zwar 80 Minuten lang mit 1 und weniger, aber trotzdem eine Niederlage, die haben wir diese Woche aufarbeitet und jetzt kommt Gladbach. Ein Verein, der gerade in Form ist, also richtig in Form gekommen ist, der Bayern am letzten Wochenende die letzten 2-3 Spiele positiv gestaltet hat und das ist eine grosse Herausforderung für am Sonntag am Abend hier. Aber wir sind bestens vorbereitet zu Hause, wir sind im August umgeschlagen und das wäre vor die 4. Darum haben wir alles in das Spiel drin und ich bin überzeugt, da kommt eine Reaktion von meiner Mannschaft.